Auf dem Schulweg. Das Fehling-Mobil der Universitäten Stuttgart und Hohenheim ist unterwegs zu Schülern. Die Macher des zehn Jahre alten Mitmachlabors Fehling Lab haben zum Geburtstag eine neue Idee verwirklicht. Sie bringen Experimente für Kinder in die Schulen. Möglich gemacht hat das unter anderem eine Spende der Chemieverbände Baden-Württemberg. Fahrzeug und Ausstattung sind optimal für die Aufgabe eingerichtet. Wissenschaftler und ihr Material bringt der Mercedes Vito an die baden-württembergischen Schulen. Die Versuchskisten sind im eigens eingerichteten Heck untergebracht. Sie werden im Fehling Lab für die verschiedenen Themen ausgearbeitet und auf den Unterricht in den Klassen abgestimmt. Die Schüler sollen Erfahrungen sammeln im Experimentieren mit Naturphänomenen. Wir können das jetzt mit dem Fehling-Mobil durchführen, vor Ort quasi ins Haus liefern. Und die Schüler sollen dabei erleben, dass Naturwissenschaften Spaß machen. Die Lehrer haben sich über das Fehling-Mobil auf der Internetseite www.fehlingmobil.de informiert. Hier können Schulen das Mobil anfragen und mehr über die unterschiedlichen Versuchsmodule erfahren. Die jungen Forscher sind mit Feuereifer bei der Sache. Experimentieren ist einfach das Größte. Dass das Mobil ein Erfolg wird, ist für diese Schüler klar. Sie hatten eine tolle, außergewöhnliche Schulstunde. Das können in Zukunft ganz viele baden-württembergische Schüler haben, dank des Engagements der Fehling Lab-Mitarbeiter und der Unterstützer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020